Was ist die Verbindung zwischen Nachtschweiß und Krebs? Ein echter Nachtschweiß ist einer, bei dem jemand im Schlaf ausgiebig schwitzt und durchnässt wird, einschließlich der Bettwäsche und der Kleidung. Während es ein Symptom für verschiedene Krankheitszustände ist, wie das erworbene Immundefizient-Syndrom, Infektionen und Hyperthyreose, ist es im Allgemeinen mit bestimmten Krebsarten verbunden. Der Zusammenhang zwischen Nachtschweiß und Krebs hängt mit vasomotorischen Problemen und der Behandlung zusammen, die insbesondere mit Chemotherapeutika durchgeführt wird. Das Hauptziel der Wärmeregulierung besteht darin, die Körpertemperatur auf einer relativen Konstante von etwa 37 Grad Celsius zu halten. Dem Schwitzen des vasomotorischen Zentrums zuzuschreiben, ist das Schwitzen eine notwendige thermoregulatorische Reaktion des menschlichen Körpers, ein zur Temperatursteuerung erforderlicher Homo-Iostatic-Mechanismus und eine von vier verschiedenen Arten des Wärmeverlusts. Andere Wege umfassen Konvektion, Strahlung und Leitung. Beim Verdampfen wird eine Temperatursenkung durch Schwitzen ermöglicht, wodurch Wasser in ein Gas umgewandelt wird. Eine Störung des vasomotorischen Wärmekontrollsystems bei Personen mit Nachtschweiß und Krebs ist typischerweise auf ein Fieber zurückzuführen, das durch eine Infektion, bestimmte Medikamente, eine Malignität oder eine Bluttransfusion verursacht wird. Spezifische Arten von Neoplasmen erzeugen bei Krebspatientinnen häufig Nachtschweiß, ZB bei Lymphomen und Brusttumoren. Experten berichten, dass von allen Menschen mit Fieber einer unbekannten Äthiologie 20 bis 30 Prozent von ihnen mit bösartigen Erkrankungen diagnostiziert werden. Das Hodgkin-Lymphom, das durch Schüttelfrost, Fieber und Nachtschweiß manifestiert wird, entsteht aus B-Lymphozyten, weißen Blutkörperchen, die für die Immunantwort besonders wichtig sind, insbesondere bei der Wirkung von Antikörpern. Leukämienkranke und Überlebende von Brustkrebs leiden häufig unter Nachtschweiß. Eine weitere wichtige Verbindung zwischen Nachtschweiß und Krebs beinhaltet kurative Behandlungen. Viele Krebspatienten werden mit Chemotherapie, der Verabreichung von Chemotherapeutika zur Abtötung von Krebszellen, behandelt, die als Injektion, Pille oder intravenös eingenommen werden können. Diese Medikamente und Strahlentherapien erhöhen die Inzidenz von Infektionen aufgrund von Neutropini, einer möglicherweise tödlichen Erkrankung, bei der die als Neutrophile bezeichneten weißen Blutkörperchen gefährlich niedrig sind. Neutrophile sind besonders wichtig bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und von allen weißen Blutkörperchen im Blutkreislauf am häufigsten. Neutropini ist durch Fieber, nächtliches Schwitzen und Müdigkeit gekennzeichnet. Sie ist für eine große Anzahl von Krebspatienten verantwortlich, die in US-amerikanische Krankenhäuser eingeliefert werden, was weitere Hinweise auf die Beziehung zwischen Nachtschweiß und Krebs liefert? Bei der Behandlung von Nachtschweiß, der durch die Behandlung des Krebses selbst entsteht, muss der für die Erkrankung verantwortliche Wirkstoff so schnell wie möglich abgesetzt werden. Zur Stärkung des Immunsystems durch Erhöhung der Leukozytenzahl sind kolonistimulierende Faktoren für Risikopatienten als vorbeugende Maßnahme sowie für Patienten mit schwerwiegenden Neutropin-Symptomen angezeigt. Knochenmarkstransplantate werden im Allgemeinen nicht zur Behandlung verwendet.